Schön, dass Sie wieder da sind zum Teil 6 und wir machen weiter mit dem Einbau unserer Dame. Dazu gehe ich im Expressmenü auf Block-Einstellungen, da sich der Inhalt im Top-Left in dem Block Top-Left befindet. Ich wähle Inhalt bearbeiten, ziehe das Fenster etwas weiter runter und Sie sehen nun den Inhalt des Blocks Top-Left, wie das aufgebaut ist mit diesen Tabellen und das Ganze möchte ich so nicht mehr haben. Ich möchte es ja durch die junge Dame ersetzen. Deshalb gehe ich erst einmal in den Quellcode, markiere mir alles mit STRG und A und mit der Entfernen-Taste lösche ich alles komplett heraus. So, jetzt beginne ich wieder von vorne und ich möchte später auch noch einen Text einfügen. Dabei möchte ich jedoch ohne eine Tabelle als Hilfsmittel auskommen. Ich gehe jetzt über Bild einfügen, Upload, durchsuche unser Verzeichnis, wähle die junge Dame aus, öffnen, unsere Kategorie, in die es rein soll, zum Server senden und lade das Bild nun zunächst einmal hoch und sage hier OK. Nun drücke ich einmal die Return-Taste, um einen neuen Absatz zu beginnen und schreibe noch einen Text hinzu. Ich schreibe hier Boutique Angelina, ihre Mode zum Wohlfühlen. Den Text möchte ich natürlich noch formatieren. Dazu markiere ich mir die erste Zeile und wähle als Schriftart Kalibri aus. Als Schriftgröße wähle ich XXLarge und mache einen Zeilenumbruch. Die zweite Zeile markiere ich ebenso, wähle hier auch Kalibri als Schriftart aus und sage hier XLarge eine Nummer kleiner. Das Ganze möchte ich jetzt noch zentriert haben. Ich markiere alles und wähle alles zentriert. Hier oben ist mir der Text noch zu dicht auf der Grafik. Hier setze ich mit Return noch einen Abstand. Ich denke, so dürfte das besser hinkommen und die Schriftfarbe, die ändern wir nachher in den CSS-Einstellungen. Ich gehe auf Speichern, Datenbank aktualisiert, kann das Fenster schließen und aktualisiere meinen Browser. Vorm Schriftbild passt es schon ganz gut, nur der Block ist mir noch zu weit oben. Also muss ich noch den Abstand von oben und natürlich auch die Schriftfarbe ändern. Das mache ich in den CSS-Einstellungen. Das heißt, wir gehen wieder in unser Interior Design 2 und hier ändere ich zunächst einmal die Farbe der Schrift. Sie erinnern sich, in der Theorie Teil 1, wenn ich in der unteren Hierarchie-Ebene eine CSS-Einstellung eingegeben habe, dann gilt diese bis oben durch, außer sie wird überschrieben. Deshalb schaue ich zunächst einmal im Default Body Layout im Body und sehe noch vom ursprünglichen Template die alte Schriftfarbe. Die ersetze ich jetzt durch unsere neue Farbe, gehe auf Speichern und schaue, wie sich die Änderung im Default Body ausgewirkt hat. Ich schließe das Fenster und aktualisiere meinen Browser. Jawohl. Die Schriftfarbe ist in keiner CSS-Schicht, die höher liegt, überschrieben worden. Das heißt, das, was ich gerade im Default Body eingestellt habe, das gilt sowohl im Top-Left als auch im Sender-Sender. Bis auf die Überschrift. Da müssen wir später noch schauen, wo diese überschrieben ist. Und jetzt möchte ich die Schrift noch etwas fetter machen. Vor allen Dingen das alles noch ein bisschen nach unten setzen und das mache ich auch in den CSS-Einstellungen. Allerdings nicht in den allgemeinen, sondern speziell in den CSS-Einstellungen im Block Top-Left. Das heißt, ich gehe wieder in meine Block-Einstellungen, zum Block Top-Left und gehe dort in das CSS. Hier ist im Moment ein Innenrand von 20 Pixel von oben und 10 Pixel von links eingetragen. Ich möchte das weiter nach unten setzen. Ich schätze hier mal so 60 Pixel. Und den Schriftstil möchte ich fett haben, also bold. Das soll für den ganzen Block gültig sein. Deshalb stelle ich diese Änderung hier im CSS ein. Sage Änderung speichern. Schließe mein Fenster und aktualisiere den Browser. So gefällt mir das schon deutlich besser und ich würde auch sagen, so belasse ich es. Kommen wir zum nächsten Teil, zu unserem Top-Sender, wo Sie im Moment das Buch Antike Epochen der Architektur als Gratis-Report anfordern können. Diesen Bereich möchte ich durch ein Boutique-Bild und einen kleinen Willkommenssatz ersetzen. Für das Sender-Sender habe ich mir schon ein passendes Bild ausgesucht. Das ist das Originalbild, natürlich noch viel zu groß mit 2600 x 1950 Pixel. Ich messe also zunächst einmal wieder, wie groß das Bild sein darf. Dazu öffne ich wieder mein Lineal, gehe auf mein Sender-Sender und messe mal, wie breit das denn hier ist. Das sind so ungefähr 272 x 274 Pixel. Damit weiß ich, wenn ich mein Bild auf 250 Pixel Breite verkleinere, dann dürfte es sich gut einfügen. Und so schließe ich mein Lineal wieder und sage hier in dem Bild, Bild, Größe ändern, Seitenverhältnis beibehalten, Breite 250 Pixel. Okay, jetzt möchte ich diesem Bild noch einen kleinen Schriftzug verpassen. Dazu öffne ich die Ebenenpalette und erzeuge eine neue Ebene. Mit dem Auswahlwerkzeug treffe ich auf der neuen Ebene meine Auswahl, sage hier ungefähr diesen Bereich und den möchte ich jetzt etwas braun machen. Dazu öffne ich mir die Farbenpalette und wähle meinen Braunton aus, nehme meinen Farbeimer und fülle die Auswahl mit meinem Braun auf. Mit STRG und D hebe ich die Auswahl wieder auf. Mit Doppelklick auf die zweite Ebene komme ich zu den Ebeneneigenschaften. Die Ebene möchte ich jetzt noch transparenter machen. So vielleicht. Ich erzeuge wieder eine neue Ebene und möchte noch etwas hineinschreiben. Wähle das Textwerkzeug und von der Farbe her auch wieder meine goldene Farbe. Und sage hier beispielsweise Inspiration pur. Die Schrift ist natürlich noch etwas zu klein. Ich wähle auch hier wieder als Schrift Calibri aus. Und gehe mal auf 24. Das gefällt mir schon gut. Ich mache es noch fett. Ja, so passt das. Jetzt schärfe ich das Bild noch nach mit Effekte, Foto, Verschärfen und auch hier reicht mir die zwei aus. Jetzt habe ich das Bild geschärft, speichere es in unseren Ordner und wähle diesmal eine JPEG-Grafik. Diese dürfte dann wesentlich kleiner sein als eine PNG-Grafik aufgrund der unterschiedlichen Farbwerte im Bild. Vergebe den Namen Boutique. Und jetzt schaue ich mal, wie weit ich die Qualität reduzieren kann, um trotzdem ein schönes Bild zu erhalten. Ich versuche es mal auf 80%. Und dann sehen Sie hier in diesem Bereich schon solche Komprimierungseffekte. Die sind nicht schön. Deswegen kann ich es hier nicht so weit komprimieren. Selbst bei 90% immer noch. Hm, 98%. Jetzt sind sie nicht mehr sichtbar. Also ich muss es auf 98% lassen, ansonsten gibt es hier unschöne Effekte. Sage OK. Ebenen zusammenfassen. Speichere das Bild ab und nun können wir es wieder einbauen. Und da im Top-Sender auch ein Block ist, gehe ich wieder in die Block-Einstellungen und wähle den Block Gratis-Report im Top-Sender. Ich klicke auf Inhaltsseite bearbeiten und Sie sehen hier die CMS-Liais, mit der das Antwortformular in diesem Block eingebunden ist. Ich gehe wieder in die Quellcode-Ansicht, markiere den Code, lösche diesen mit der Entfernen-Taste und wechsle wieder zu meiner Normal-Ansicht. Da ich noch einen Text unter das Bild schreiben möchte, nehme ich eine Tabelle zu Hilfe. Füge hier eine Tabelle ein. Ich sage hier zwei Zeilen, eine Spalte, keine Überschrift, kein Rahmen. Die Ausrichtung lasse ich, wie sie ist. Die Breite wird je nach Bild und Text angepasst. Sage hier OK. Jetzt blinkt mein Cursor im oberen Feld. Ich gehe auf Bild einfügen. Durchsuche die Seite. Wähle hier die Boutique aus. Und noch die richtige Kategorie. Gebe hier noch einen alternativen Text ein. Boutique Angelina. Und sage zum Server senden. So, das Bild ist da. Jetzt fehlt noch der Text im unteren Bereich. Ich habe schon einen Text vorbereitet, den kopiere ich in die Zwischenablage und über das T-Symbol füge ich den Text hier ein und sage OK. Der Text klebt mir jetzt noch zu weit am Rand. Um das zu ändern, gehe ich in die Tabelleneigenschaften und sage, ich möchte innen noch einen Zeilenabstand haben von vielleicht 6 Pixel. Sage hier OK und klicke auf Speichern. Schließe das Fenster und aktualisiere den Browser. So, das sieht schon besser aus. Allerdings sehen Sie, dass noch ein paar Anpassungen vorgenommen werden müssen. Die Boutique ist noch zu weit rechts und der Text ist mir noch zu klein. Für diese Änderung gehen wir in die CSS-Einstellungen in diesem Block. Der bereits vorhandene Innenrand beträgt hier 40 Pixel von links und 15 von oben. Von oben ist es mir zu wenig, da gehe ich mal auf 20 Pixel und hier reduziere ich mal auf 30 Pixel. Die Schriftgröße hätte ich gerne noch etwas größer. Ich hätte gern 11-Punkt-Schrift. Sage hier Speichern. Aktualisiere die Seite. Ja, fast. Noch ein kleines bisschen nach links. Ich sage hier 28 Pixel. Aktualisiere die Seite. So gefällt mir das gut. Und die Schriftgröße gefällt mir auch. Und die Schriftfarbe belasse ich in weiß. Nun hätten wir auch den Top-Sender erledigt und arbeiten uns weiter voran. Soweit mal zum Teil 6. Und ich hoffe, wir sehen uns im siebten Teil gleich wieder. N嘉u. Soweit mal zum Teil 6. Baut an.